Freunde, wie ihr es hier seht, bin ich gerade am cutten und ich habe vergessen eine Anmod zu machen. Ne, nicht Anmod. Anmod? Anmoderation? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber heute in diesem Video bin ich so ein Trial-Bike gefahren und es war einfach cool. Es hat Spaß gemacht, ich will es nochmal machen. Es hat Spaß mit dem Video. Guess, guess, 250 Quebec. Also wirklich zwischen dem Ding und dem Ding ist ein 30 Meter Abstand. Und damit soll ich fahren. Ich habe Angst. Ich habe gedacht, es geht auf den Rundfunk, das ist der Rundfunk. Ja, ja, hört sich gut an. So ein Zweitakter-Ding, Alter. Boah, aber wie das riecht. Ich fühle diesen Geruch. Also, es hat was. Wenn du oben bist und dann einmal so die Füße kicken, jetzt. Ah, mein Fuß. Ah. Das ist mir zu anstrengend. Ich kriege das hin. Ich brauche es in einem Glas dran. Ich brauche es einfach mal so anzuprafen. Dazu kannst du, wenn du dich da ein bisschen anschüttchen, aber du musst die Kuppel jetzt nicht schleifen lassen. Ich traue mich da irgendwie nicht. Juuu. Ich traue mich irgendwie nicht zu schalten. Alter. Wie soll ich schalten? Ich kriege es nicht hin zu schalten. Boah, das bockt sich. Aha. Jetzt bin ich im dritten. Glaube ich. Boah, das ist schon sehr aggressiv. Digga, die hat Schub. Boah. Das ist... ...aggressiv, das Ding. Alter, das bockt sich aber. Aber... Wo? War das illegal? Ich hoffe nicht. Wo, 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 wo. Ich traue mich irgendwie nicht zu schalten. Ey, aber die hört sich so behindert geil an. Es geht in den Rücken rein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, nicht in den Baum rein. Nicht in den Baum rein. Es bückt sich. Ich hab mir auch so ein Ding. Es ist voll lustig, wie man das ausmacht. Wo ist der Ständer hin? Junge, das ist anstrengend. Das ist voll anstrengend. Das hat aber voll Spaß gemacht. Und ich habe es mir ein bisschen schwerer vorgestellt, als es jetzt ist. Aber da am Ende, ich habe Kupplung und Bremseil, weil ich stehen bleiben wollte, auf einmal gebe ich Gas. Weil ich da gar nicht aus dem Sinn reingekommen bin. Und dann bin ich aus dem Sinn da, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Ich kann nicht mehr, ist voll anstrengend. Da, da soll ich hochfahren. Welche Mauer? Ach so, du hast Mauer gesagt. Welche Wand? Alter! Ich will jetzt Wheelie machen. Denkst du, das kriegst hin? Mach mal das Band hin. Das kriegst du Englern. Das zieh dann irgendwo. Und mit der anderen Hand machst du dann so. Ist das wie im Wheel Controller? Ich kann halt, dass das nicht drunter ist. Ich helfe einfach mit Tanktop. Also Flo, ich habe auch ihn gekriegt. Du gehst nicht runterplanen. Ja, ich tue es doch nur gerade hoch machen. Warte. Ja. Ja. Oh 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 oh! Schau das Schiss. Schau das Schiss. Nee, das ist schwach. Ich bin nicht entfäuscht. Oh, er ist jetzt so nach oben. Ich habe vielleicht einen Leitfall auf Gas. Ja, das habe ich gemerkt. Wie hast du das nicht gemacht? Wieso hast du kein Leit gezogen? Ja, so. Den richtigen, dass du so senkrecht stehst. Ja. Die unten haben wir schon gut, oder?